Was hat sich im Videobereich geändert? Nun, zuerst mal, Sie können jetzt auch AVCHD-Videoclips importieren, was sehr wichtig ist für Videos, die von Sony-Kameras stammen. Das ist eine grosse Neuerung. Und Sie können Videos innerhalb von Lightroom abspielen, das haben wir bereits gesehen. Und Sie können Videos auch geringfügig in Lightroom farblich anpassen. Gehen wir doch kurz auf alle wichtigen Video-Features ein. Es sind nicht wahnsinnig viele. Was zum Beispiel fehlt, ein grosses Problem, wenn Sie mich fragen noch. Ich hätte gerne eine Option gehabt, die die Videos direkt an Adobe Premiere Pro weitergegeben hätte und Premiere oder After Effects als externen Editoren ausgewählt hätte. Aber ich will nicht schimpfen, reden wir darüber, was gut ist und was wir heute schon können. Zum Beispiel, wenn ich einen Videoclip doppelklicke, das haben wir schon gesehen, können wir ihn hier abspielen. Bedenken Sie, wenn ich Command-J drücke, dass Sie hier am besten die Option HD-Video in Entwurfsqualität abspielen aktiv haben. Jetzt, was können wir mit diesem Video machen? Nun, wenn Sie zum Beispiel sagen, eigentlich ist dieser Startwinkel des Bildes gar nicht das, was ich als Startframe sehen möchte, sondern zum Beispiel eher diese Position der Kamera, dann können Sie einfach hier draufklicken und sagen, Posterrahmen festlegen. Wenn Sie jetzt wieder zurück in die Rasteransicht wechseln, sehen Sie, dass das die neue Ansicht ist, der neue erste Frame des Bildes. Das ist nur hier in Leitung für diese Ansicht so, damit ich sehe, worum es in diesem Film geht. Dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich trimme In- und Out-Punkt. Sagen wir zum Beispiel, ich möchte erst anfangen, wenn wir hier in dieser Position sind. Dann können wir diesen Knopf hier drücken und wenn ich Shift-I drücke, das ist im Prinzip ähnlich wie in Premiere, dann wird der In-Punkt entsprechend verschoben. Moment kurz, ich drücke da mit der rechten Maus da unten kurz drauf und sage manuell und blende den Filmstreifen aus, der nervt mich. So, also entweder Shift-I um den In-Punkt festzulegen oder Shift-O um den Out-Punkt festzulegen oder schieben Sie manuell hier entsprechend. Was noch ist beim manuellen Schieben, wenn Sie den schieben, dann können Sie nicht weiter schieben, als dort, wo der Current Time Indicator steht. Also wenn ich hier hole, ich schiebe, weiter nach rechts geht nicht und umgekehrt natürlich auch hier. Gut, also In- und Out-Punkt festlegen, das hat dann auch einen Einfluss auf den Film-Export, dazu nachher mehr. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir den Videoclip farblich aufpeppen möchten? Wenn ich hier oben zum Beispiel sage, gehe ins Entwickeln-Modul, dann steht da geschrieben, sorry, Video wird im Entwicklungsmodul nicht unterstützt. Tja, und jetzt denkt man, es gehe nichts. Das stimmt aber nicht. Es gehen zwei verschiedene Ansätze. Was Sie tun können ist, Sie können, wenn Sie den Film hier eingeblendet haben, entsprechend hier oben bei der Ad-Hoc-Entwicklung auf diese Einstellungen hier zurückgreifen. Ich öffne da noch ein paar weitere Vorgaben. Wir können zum Beispiel die Belichtung des Clips ändern, wir können diesen dunkler oder heller machen. Also all das, was Sie hier sehen, den Kontrast, Lichter und Tiefen geht nicht, Weiss und Schwarz geht, die Dynamik geht. So können wir zum Beispiel den Clip in der Sättigung eher zurücknehmen, die Einstellungen zurücksetzen. Wir können ihn zu Schwarz-Weiss ändern, wir können den Weissabgleich ändern und, was auch ganz cool ist, wir können auf bestehende Entwicklungseinstellungen zurückgreifen. Es kommt dann einfach die Meldung, die besagt, dass nicht alle Einstellungen kompatibel sind. Also halt eben zum Beispiel Bereiche wie das Schärfen beispielsweise, das geht nicht. Jetzt, woher will ich denn wissen, ob eine Entwicklungseinstellung sich eignet, wenn ich nicht weiss, ob alle Einstellungen kompatibel sind und so. Nun, da gibt es eine ganz coole Funktion. Was Sie tun können hier, Sie können sagen, Rahmen erfassen und wenn wir zurück in die Rasteransicht gehen, dann sehen Sie, dass wir aus diesem Clip eine JPEG-Datei extrahiert haben. Das ist eine JPEG-Datei in der Auflösung des entsprechenden Videoframes und diese JPEG-Datei, die können wir jetzt natürlich ganz normal im Entwicklmodul entwickeln. Und jetzt sehen wir natürlich, wie das ausschauen würde und können uns da quasi unsere Anpassungen zusammenklicken. Ich habe da mal eine Anpassung Video gemacht, ich habe da ein bisschen die Farbe geändert und wenn ich jetzt zurückgehe in diese Ansicht, Entschuldigung, nochmals ins Entwicklmodul und abschliessend habe ich natürlich hier drauf geklickt und habe mir eine Vorgabe erstellt. Wenn ich jetzt diese Vorgabe hier auf den Clip anwenden möchte, gespeicherte Vorgabe eCollege Video, dann kommt die Meldung, Hey Michel, pass auf, nicht alle Einstellungen können auf Videos angewendet werden. Es geht nur Weissabgleich, Belichtung, Kontrast, Weiss- und Schwarzbeschneidung, Sättigung, Dynamik, Gradationskurve, ob Farbe oder Schwarz-Weiss, die Teiltonung, die Prozessversion und die Kamerakalibrierung. Also Bereiche wie Details, Rauschreduzierung und so, das geht nicht. Jetzt, wenn ich das weiss, kann ich sagen, gut, nicht erneut anzeigen und ich klicke auf OK und Sie sehen, dass jetzt die Vorgabe entsprechend auf dem Clip angewendet worden ist. Sie sehen auch, es wurden Einstellungen nicht mitgenommen, wenn wir uns hier die JPEG-Datei anschauen, dann hat die hier in den Felsen mehr Details. Das halt genau deshalb, weil ich Klarheit verwendet habe, die aber nicht unterstützt wird im Videobereich. Gut, wenn wir all das festgelegt haben, wie bringen wir diese Einstellungen wieder raus? Wir können auf Exportieren klicken und haben neuerdings die Option unter Video, Videodateien einschliessen, dass wir das Ganze im Originalformat exportieren können, dann gehen die Einstellungen verloren. Wir können es als DPX oder, was sicher verbreiteter ist, als H.264 exportieren, hier mit vier verschiedenen Qualitätseinstellungen. Rechts sind sie immer, das war das Original und unten, das ist das Ziel. Also wenn wir zum Beispiel auf Mittel gehen, dann steht da geeignet für das Web und High-End Tablets, zum Beispiel 1280x27, 8 Megabit pro Sekunden in dieser Framerate oder niedrig, geeignet für mobile Endgeräte oder hoch, hohe Qualität, also die Originalauflösung, jedoch mit einer möglichen Verringerung der Videobitrate, ja, haben wir jetzt 22 Megabit, das war ursprünglich vermutlich sogar noch mehr. Wir können aber hier im Interface nicht auf diese Qualitätseinstellungen eingreifen und wir können auch nicht den Adobe Media Encoder anspringen. Das ist ein grosser Minuspunkt, denke ich. Ich hätte hier gerne eine Integration des Media Encoders, vielleicht kommt das noch, keine Ahnung. Im Moment müssen wir uns auf das beschränken. Das ist schon mehr als vorher, aber immer noch nicht wirklich genug, wenn Sie mich fragen. Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt und ich sage es nochmal, momentan habe ich das Problem, dass allfällige Metadaten, auch wenn ich sage alle, nicht in die Videoclips eingefügt werden, auch dann nicht, wenn ich sie wirklich in einem neuen Format exportiere, sprich Stichwörter und so gehen beim Export verloren. Ich habe es nicht mit allen Metadatenfeldern getestet, deshalb ist diese Aussage von mir noch mit Vorsicht zu geniessen, aber hey, auch ich lerne noch, weil, ja, Lightroom ist erst seit heute angekündigt und ich habe es auch erst seit jetzt gesehen. Gut, ich halte es ja auf dem Laufenden, sobald ich mehr zu diesem Thema erfahre. Also, galleries.